Megastar. Ob Boy-Group, Hip-Hop-Duo oder Rockband, bei Megastar versuchen die Spieler dafür zu sorgen, dass ihre Lieblingsstars ganz oben auf der Hitliste stehen. Dazu legen die Spieler Musiker passend an ihre Bands an und nehmen sich auch neue Musiker vom Markt. Kommt es dann zu einer Wertung, steigen die Bands entsprechend ihrer Karten im Pool die Rangliste empor. Je nachdem an welcher Position der Hitliste sich die Bands am Ende einer Partie befinden, bekommen die Spieler entweder mehr oder weniger Punkte für die restlichen Bandkarten auf der Hand. Es gilt also genau abzuschätzen, wann man eine Karte weggibt, um die Band auf der Hitliste voranzubringen. Megastar, ein lockeres Kartenspiel für zwei bis fünf Gelegenheitsspieler ab zehn Jahren. Viel Spaß beim Spiel.